Es ist ein wunderschöner Samstagmorgen, als die kleine Susi mit ihren Freunden ihren Geburtstag feiert. Und Marco Reus nimmt an und der Pass kommt auf Erling Brautalant. Und der Pass kommt ganz sauber an. Hier kommt das Essen. Hm, ich hab schon Hunger. Hier ist es. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday Susi. Danke, danke. Jetzt esse ich alles auf. Oh, jetzt ist mir schlecht. Was ist denn mein Satz? Mir geht schlecht. Dann rufe mal den Arzt an. Hallo Herr Mausefalle. Hallo. Die Susi geht sich nicht so gut. Okay, ich komm gleich rüber. Ah, hier die Ebenstraße. Hier bin ich richtig. Ding Dong. Ah, der Arzt ist schon da. Hallo. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Da ist sie, unsere kleine Susi. Du hast wohl zu viel Fett gegessen, wa? Ich glaub, da hilft nur mit Vitamin. Danke schön, Herr Mausefalle. Mir geht es schon viel besser. Ich glaube, dass sie der kind, das ist schon mal 그랬st. Das ist doch aceptet. Hilfe ist ja sicher. Bis zum nächsten Mal. Ja.